Ja, nämlich hier noch mal. Alter, Jahan hat jetzt... Donnersprung hat er jetzt irgendwie doppelt. Nee, er hat jetzt das erste Mal Donnersprung. Er hat jetzt zwei... Mit einem epischen und legendären Stab. Aber ich würde mal sagen, wir tauschen die mal um, so. Äh, das... Das ist doch geil. Gefällt mir. So. Also Bruder, Schwester, wir sind frei. Und wer ist das? Ist es möglich, dass ein zerbrechlicher, sterblicher Mensch in unserem impriganten Boreas entgegengetreten ist und ihn besiegt hat? Ah, aber das ist kein Mordel, ich sehe. Strange you'd take the guise of a source hunter. But I shall, of course, honor your chosen form. Indeed, I suppose I should have expected that one of your kind would snare our brother sooner or later. Boreas always did dance uncomfortably close to the dark arts. But I suppose the others of we elemental monarchs thought it better not to interfere in the affairs of his realm. No, like fools, we waited for his pride, his hunger for more and ever more power, to pull us from our own seats of safety and into his sordid storm. We, and with us all the subjects of the realm of fairy, do owe you our lives, source hunter. If, no, not if, but when, we might be of assistance to you in this dimension. You must call upon me personally. Äh, wer seid ihr? I am King Suor of the summer kingdom of Calvier, brother, alongside the other elemental monarchs, to the unfortunate and insane Boreas. In earlier days we ruled the four realms of fairy in relative peace, each of us the master of our own kingdom. But something changed in Boreas. He grew darker, somehow. More than was typical of his usual melancholy. We worried, yes, but chose not to intervene. Boreas was the lord of Heiberheim, and it was his right to rule it as he pleased. When our brother called the elemental seats to convene in Heiberheim, we were ecstatic. Boreas seemed again interested in the joint rule of fairy, in upholding the long-established diplomacy of our lands. When we arrived, however, it was not Boreas who greeted us, but a dark figure, a woman with a stare like blackest fire. In her staff, she held a demonic power, the likes of which I've never felt. And as we were sucked into its depths, we thought we'd never see the light of fairy again. Äh, ich habe die weiße Hexe gefunden. Die ist jedoch im Eis gefangen. Könnt ihr mir helfen, sie zu befreien? So, Herr Hunter, it would be my sincerest honor. Take this rune and use it to summon me when you're near the witch once more. If she can be extracted from Boreas' Eis, I'll find a way to make it so. Ihr sagt, äh, euch hat eine Frau gefangen. Was wisst ihr über sie? I listened closely when I could to Boreas doings. From what I could tell, it seems this woman had little contact with our deranged brother after the initial exchange of the staff. From what I could tell, the arrangement was thus. She gave him us contained and in return, he gave her access to his great star stone and scores of imps he'd invited to Heiberheim. After that, the two parted and I heard little more of the woman. In his fits of madness, Boreas would sometimes bellow abuse about the demon woman. I can only assume he met the same who trapped us. Well, I'll settle that in it. We best be on our way then. The spring and autumn kingdoms will roll themselves, you know. May our prize class soon source for her. Okay, so zumindest wir haben jetzt, äh, können wir den mit Doreen? Ne. Gut, also die sind jetzt hier, äh, äh, die sind jetzt verschwunden. Der sitzt doch hier und wir können den Stab, können wir den Stab nutzen? Ach, Menno, der ist weg. Der ist natürlich doof. Ich will nicht, dass der weg ist. Der war so gut mit den Stats. So, findet die Hexe. Tag 7, 8.044. Wir warten Sonnenkönig Sua uns ne, Sommerkönig, nicht, Sonnenkönig. Sommerkönig Sua uns bei der Befreiung von Ikara zu helfen. Er belegte beherzt ein und gab uns eine Rune, mit der wir ihn rufen können, sobald wir in der Nähe der Weißen Hexe sind. Die letzten Stunden ihrer Gefangenschaft sind angebrochen. So, wir können sie befreien. Haben wir denn die? Wer hat denn die Rune? Achso, hier, sie hat die Rune. Ja gut, dann würde ich sagen, wir befreien sie, oder? Das müsste funktionieren. Boah, ich muss mal husten. Da. Es muss eine Möglichkeit geben. Es gibt eine Möglichkeit. Boah, ich weiß. Boah, ich weiß. Ich weiß, wie lange sie dauert, wenn sie in der Eisburg ist. Ich weiß, was Sorcery, oder Schwery, wir brauchen zu nutzen, um sie rauszuhren. Boah. Das ist deine Wurzige Witch. Und du bist sicher, dass du sie erklärtest? ARD Text im Auftrag von Funk Für die Refinung zu schrauben, ich brauche eine relativ rare Flamme zu schrauben. Gods, es ist kolder als ein Witches Teat. A sehr Kallus von Leandra ist, um ihre einzige Schöne in eine Barren Tundra für Eternat. Wir haben sie befreit. Ähm, was meint ihr mit Maskerade? Wir sind Mitglieder des Orns der Quellenjäger. Seid ihr die Weißner Hexe? Ähm, wieso seid ihr hier eingesperrt? First things first, Source Hunter. For my freedom, I owe you every imaginable thanks. My soul had withered in this prison, and I might not have survived much longer without your help. Now, about the culprits. My corrupted sister and the mad Winter King. When I realized exactly where, and to whom Leandra was consigning me, I was certain, I'd never enjoy the sun's warmth again. But neither she nor I anticipated the Source Hunter. That was her mistake, and my blessing. I never would have imagined Leandra capable of dealing with the likes of Berrius. But she has changed into someone, who I hardly recognize anymore. Ihr werdet beschuldigt, das hohe Ratmitglied von Scythe Jake ermordet zu haben. Was ist in der Nacht von Jakes Mord passiert? It's a sordid story, to be perfectly frank. Two sisters, a philandrous, treacherous wizard, death and mayhem. Hm, are you sure you're interested in such things? The sparkle in your eye belies your better nature, Source Hunter. Now I know that it is your duty to get to the heart of this. And, in truth, the events of that night were but one part of a larger and much darker matter. A matter in which I'll dare to beg your assistance, before we're through with one another. Now that terrible night. One night, as I slept, I had a sudden revelation. No dream, but a vision. My sister Leandra and my lover Zandalor. I didn't understand, but I recognized their location. Scyseal's King Crab Inn. I arrived and looked through their window, but inside, everything was wrong. Leandra had fled and Counselor Jake stood over the wizard, a knife in his hand and hate in his eyes. As I watched, he drove the dagger deep into Zandalor's heart, and I was too late to stop him. In that moment, I broke. I saw before me not a man, not even a beast, but evil incarnate. And I used Source to slay him. On the floor lay Zandalor. In my hands, I held Jake's life force. I had sworn never to use Source, but... I couldn't walk away. And so I did the unthinkable. I used the Counselor's life to save Zandalor's. He was alive, but only just... Betrayal. Murder. Source. We were all of us guilty now. If you were any other Source Hunter, I suppose you'd strike me down where I stand after that terrible admission. Fortunately for us both, you are no other Source Hunter. Jetzt seht mir mehr über Leandra. My own little sister, if you can imagine it. She was always the more ambitious, the more exacting of us. And she had no fear of the darkness that so often accompanies Source. Her collusion with King Boreas and imprisoning me here confirms my worst fears. She is planning something far greater than I could have anticipated. For this reason, and with a heavy heart, I must ask you, Source Hunter, to find out how far exactly Leandra has become entwined in the dark arts. I hate to extend my own invitation, Source Hunter. But I believe I ought to accompany you to Zig Zags's hideout. Presumptuous, yes. But I'd recognize the imp's essence just about anywhere. Mm... What are... Both he and you must learn more about the darkness that has extended itself into our dearest Rivelon. And I believe I know where we must begin. Ah, but unless that's a bear flailing through the threads of time, I do believe Master Zig Zags is on his way. Make way, Source Hunter, landing in three, two... Hm, pump. Boah, eyy. Der ist so crazy. Dass der jetzt auch noch auftauchen muss. We have much to discuss. Come one and all to the end of time. A spot of something warm with a soft glow of the tapestry ought to do us all a bit of good, hm? There you are, Ikara. Now, if we're done playing hide and seek, let's not waste a jot more time. Oh, I just can't wait to pick your every sign up. After you, Master Zig Zags. We have done it. We solved the murder and caught the culprit. Yet this case feels anything but closed. Ähm, die Hexer hat das Ritual... Äh, das Ritualmitglied, ne, das Adrasmitglied getötet, Mord ist Mord und mehr braucht man nicht zu wissen. Okay, hinter diesem Verbrechen steckt noch, äh, steck... Ne, hinter diesem Verbrechen steckt mehr als eine einfache Tatsache. Schließlich macht es einen Unterschied, ob man einen Mörder ermordet oder einen... Ne, ob man einen, doch, einen Mörder ermordet oder einen Entschuldigen. Es gibt mehr zu diesem Verbrechen, als ein einfacher Fakt. Mögen einen Mörder ist hartlich das gleiche als Mögen einen Innozenten, nach allem. Wir müssen wohl mehr erfahren, bevor wir Icaras wahre Schuld in dieser Angelegenheit beurteilen können. Zum Glück scheint sie mehr als würdig zu sein, uns mehr über diese ganze dunkle Affäre zu erzählen. Wir müssen mehr lernen, bevor wir können, dass Icaras wahre Schuld in dieser Sache beurteilen kann. Glücklich ist sie ziemlich stolz, uns mehr über diese gesamte dunkle Affäre zu erzählen. Ah, wie romantisch. So, guck mal, hier haben wir diverse Sachen abgeschlossen. Die Dame am See. Haben wir hier abgeschlossen. Äh, zwei richtige Geschäfte haben wir. Äh, Tag 7, 12.15 Uhr, die man hat. Äh, äh, ein ewiger Winter haben wir abgeschlossen. Und Icaras ist frei. Wir haben die Quest auch abgeschlossen. Wir haben diverse Quests auch schon, wie man sieht, abgeschlossen. Reise eines Quenjägers, Tag 7, 19.12 Uhr. Wir befreiten Icaras und erfuhren die wahren Umstände von Ratmitglied Jacks Tod. In jener Nacht hatte Leandra ein Rendezvous mit Sandalore, dem Liebhaber ihrer Schwester. Icaras ahnte, äh, dies und begab sich zum Gasthaus zur Königskrabbe. Dort sah sie jedoch, dass Leandra verschwunden war und Ratmitglied Jake, ihr williger Lakai, ein Dolch in Sandalores Herz getrieben hatte. Icaras aufforderte das Ratmitglied, um Sandalore zu retten und sie flohen gemeinsam. Wir sollten uns am Ende der Zeit begeben und näher mit Icaras und uns näher mit Icaras unterhalten, um zu sehen, wohin uns diese Reise als nächstes führen wird. Das sollten wir. Wir sollten mit Icaras reden. Ähm, ich hab gerade was überlegt, wie wir vielleicht doch ohne... Also, ich hab gerade... Es gibt eine Möglichkeit, wie wir ohne, 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 ohne Ginebrium-Waffen da irgendwie rein können in das, in das, ähm, Dingens. Äh, ins Gefängnis. Äh, nicht in das Gefängnis, in das, ähm, in die Schatzkammer. Äh, ich hab das aber noch nie wirklich gemacht. Also auch im anderen Spiel... Also in der Klassik... Klassik Edition hab ich das... Hab ich das wirklich... Also hab ich das nie gemacht. Es gibt ja hier diesen Weg. Und da oben ist ein Portal. Und damit kommt man auch in die Schatzkammer. Und hier kann man sich irgendwie mit Teleportationsschriftrollen und den... Und den, ähm... Den, na. Teleportationsschriftrollen, die den Pyramiden sich irgendwie rüber teleportieren. Die Frage ist nur, wie funktioniert das? Ich meine, man kann sich wahrscheinlich hierhin teleportieren, aber ich meine, ist das nicht ein bisschen weit weg? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Also wir werden jetzt erstmal ins, äh... Dingens hier reißen. Wo ist denn das jetzt hier? Endes Zeit. Wenn wir jetzt nicht sofort vollgetextet werden, was mir nicht... Das ist nicht passiert. Dann würde ich sagen, dass wir versuchen, erstmal von ZigZag zu Teleporter-Schriftrollen zu kaufen, damit wir vielleicht nochmal den... Ja, durchaus vielleicht mal testen, ob das funktioniert. Wie ist es eigentlich? Das inaktiv? Achso, das ist aktiv. Kann ich nicht von ZigZag irgendwas kaufen? Teleporter-Schriftrollen kaufen? War das nicht so? Ich bin dann mal weg. Pardon. Oh, komm, ich hatte die Abbildung, ich musste dann die, ich hole ihn mir mal gleich. Hat der hier vielleicht die Teleporter? Nee, dann hat sich das leider... Dann ist das leider ja sowieso... Äh, egal, weil wir hier keine Teleporter-Schriftrollen... Eigentlich war das nicht so, dass man irgendwie bei ZigZag Teleporter-Schriftrollen kaufen kann, aber der ist halt kein Händler hier in dem Teil. Das ist doof. Gut, dann ist das so, aber wir werden jetzt erstmal mit, äh, wir werden jetzt erstmal gucken. Hallo... Hallo... Saucehunter. Willkommen, Willkommen! Ähm... Das ist eine gute Frage, Ex-Ax. Eine ohne konklusiven Antwort, ist mir da... Ich habe von der Beziehung zwischen Sanderloh und der Hexenschwester erfahren. Ihr hattet mir gesagt, dass ihr keine Ahnung hättet, ähm... Und wenn es sich bei dem Fremden im Gastos... Um wem es sich bei dem Fremden im Gastos gehandelt haben könnte. Ah, ja, das war ein kleiner Fib auf meinem Teil, ich bin mir afraid. Zandalor ist bekannt als der Kieper der Source, nachher all. Und ich wusste nicht, wie Sourcehunterer mit meiner Assoziation mit so einem... colorvollen Charakter. Na gut, ich meine, im Endeffekt sind wir ja nicht wirklich Sourcehunter. Wir werden hier zwar Sourcehunter hingestellt, aber eigentlich sind wir ja diejenigen, die die... Ähm... Wir sind da eigentlich Wächter, eigentlich diejenigen, die... Ähm... Die... Diese Schatulle bewachen. Wo der Drache eingeschwert war. So, dann reden wir mal mit Ikara. Ne, das ist die Viva in der Zeit. Ikara ist noch nicht dran. Ikara ist als letztes dran. Äh, Viva in der Zeit. Wie würde ich unsere Mission servieren? Ähm... Ich habe in Hyperheim Leandra getroffen. Sie verwendet Sternsteine, um Blutsteine herzustellen. Leandra. Nein, ich will nicht mal Zick-Zack-Platz nehmen. Gut, zu sehen Sie auf dem Schalterplan. Ein Weg von Hause, ist es nicht? Äh, ich möchte euch über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Äh, in Hyperheim habe ich Leandra bei der Arbeit gesehen. Sie verwandelt Sternsteine in Blutsteine. Of all the wicked things. The one substance that can stand in the way of the void and she's turning it into vessels of blight. Äh, weiter? Mehr ist aber nicht, ne? Gut, dann kommen Sie dran. Äh, dies ist unsere Heimstätte am Ende der Zeit. Äh, fangen wir von vorne an. Was genau hat eure Schwester mit dem schrecklichen Vorfall in Revlon zu tun? Ich glaube, die Antwort zu das beginnt seit Jahren, als eure Ordnung noch so genannten schritte Magistern durch die Ziele. Unsere Familie von gebrannten Sorcerern, Sie sehen. Es war in unserem Blut, mit Sorcerern zu interagieren. Aber unsere Eltern wurden entscheidend, die Macht in uns zu kürzen. Äh, dann ist es also wahr. Ihr seid eine Quent-Magierin. Ich bin. Die Macht in uns zu kürzen. Und alle Welt die Schrecklichen Vorfalle haben sie schreckliche konsekwencje. Sag mir, Schrecklichen Vorfalle, Ja, und hier enden wir erst einmal mit dieser Aufnahme-Session und machen beim nächsten Mal weiter. Ja, denn wir sind durch mit Hyperheim, also noch nicht so ganz, wir müssen immer noch in die Schatzkammer kommen, denn da ist ein Sternstein und wir müssen alle Sternsteine dummerweise finden, weil wir ansonsten das Ende nicht auslösen können. Das ist noch eine Sache, die wir in Hyperheim machen müssen und ansonsten sind wir fertig mit Hyperheim und wir werden dann in Silbertal weitermachen, das ist das nächste Gebiet, was wir bereisen. Und da erinnere ich mich gar nicht mal so stark dran, was wir da alles machen müssen. Mal sehen, ob ich das so nach hinkriege. Ansonsten, ja, geht's dann beim nächsten Mal weiter. Mal Anh Mal Anh Mal Anh Untertitelung des ZDF, 2020